Hey Leute, mein Kumpel hat den ungefilterten Scheiß im Fernsehen geglaubt und sich gerade seine Booster-Impfung gesorgt. Wie man das so macht, Spritze nehmen, aufziehen und los geht's. Aber, jetzt liegt er da und ich hab ihn noch gewarnt, lass dich nicht mit dem Scheiß impfen, nimm lieber meinen Impfstoff, der ist besser. Also, nevermind, Gott, breite Gäbsen, gaaaaaah, uaaaaaah.